Hat der dicke Eggman dem Jet gerade echt direkt vor der Nase die Teile geklaut? Alter, der war ja wohl jetzt nicht so ganz übersehen. Okay, dann werden wir dieses tolle Rennen zwischen Jet und Sonic mal aus Jets Perspektive sehen. Das war knapp. Okay, diesmal werden wir das Ganze dann natürlich schaukeln. Einmal schon Gear Change. Diesmal wissen wir ja, wie wir Sliden. Okay, da geht's nicht lang. Okay, genug Ringe aufsammeln. Denn ich will so schnell wie möglich Slide-Fähigkeit haben. Okay. Jawohl, die Slide-Fähigkeit haben wir jetzt. Dann halt so. Was ist das denn? Oh, das ist ja mal mega kacke. Runde 2 schon. Und hier ist ein siebter Platz. Das ist nicht so gut. S-Rang. Und in die Kurve. Also, nee, brauche ich gar nicht toben. Tor-bo-bo-en. Oh, es ist doch nicht wahr. Das war knapp. Irgendwo muss ich doch Sliden können hier. weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Sitter Platz, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss auf jeden Fall nach vorne kommen. Ich bin immerhin Jet. Achso, ich kann auch in der Mitte durch. Das sollte man wissen. Und komm, 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 komm. Jetzt gibt's Haue. Komm, Papa, geil. Und der letzte Gear-Change. Sliden, sliden, sliden. Jawohl. Hätte ich springen müssen? Nee, hier geht's weiter. Sliden. Und alle ab. Jawohl. Das hat doch wirklich mal was gebracht. Wir sind ja wieder auf dem Fersen. So. So, und jetzt my true power. Oh. Wat war dat denn? Achso. Okay. Naja. Und diesmal wird dat was. Erster Gear-Change haben wir schon hinter uns. Okay. Da rechts kann ich irgendwo slide. Einmal hier. Hallo, ich war drauf. Och, Mann. Egal, der nächste Slide ist eh wichtiger. Ach, ich hab die Slide fähig. Oh, Mann, ey. Das muss ich mir unbedingt vorher überlegen. Ohne Slide-Fähigkeit ist nicht sliden. Ich find's so schade, dass sie die Fähigkeit nicht von vorne rein haben, weil das wär irgendwie sinnvoller. Zumindest für mich. Das wär einfacher für den alten Mann, die nicht. Okay. Komm, 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 komm. Jawohl. Ein bisschen mehr Tempo gekriegt. Da haben wir noch was auf. Zweite Runde. Und hüpps. Das war ein S-Rang. Ein bisschen Tempo. Jetzt haben wir die Slide-Fähigkeit und werden sie hier direkt verwenden. Wurde ja Zeit. Juhu. Jawohl. Und jetzt kommt er hier. Vierter Platz. Ich glaub, wir werden noch nicht auf Start drücken. Zack. Und heppah. Los, Leute. Dich holen wir ein. Dich holen wir ein, Sonic. Sonic-Man-Hedgehog. Na? Da ist der Kumpel Tails. Oh, wo kommt das denn auf einmal her? Gehen wir hin an A-Rang. Und bitte einmal sliden. Und da hinten bitte nochmal. Umso langsam könnten wir auch das letzte Upgrade freischalten hier. So. Zweiter Platz. Da vorne ist der gute alte Sonic. Den holen wir uns jetzt. Jawohl. Wir sind erster. Und wir können endlich einen Gear-Change führen. jetzt bitte oben lang. Und Tempo. Was auch immer das gerade war. Ich hoffe einfach, es kostet uns jetzt nicht die Zeit. Jawohl. Weiter geht's. Endlich, endlich, endlich. So. Ich glaube, jetzt geht's langsam zum Finale. Hier. Hey! Wir haben uns noch nichts getrennt. Jet, wir haben andere Dinge zu beachten. Kerov. Wir fahren zu Babalon. Ich denke, wir müssen nach Hause gehen. Hey, Sonic. Warum glaubst du, dass die Babilonien die Macht in den Geigen? Geht's me. Something's not right. The light was black that assaulted the Divine Wings. And how that robot chasing Amy just exploded. Oh, we can't let those meteorites get near Babylon Garden! How is that thing still flying? Eggman! I don't know. What? All I can say is that something nearby is generating a massive electromagnetic pulse. That may have forcibly engaged the program in the robot's buffer. Sonic, the Babylonians weren't able to control the power of those meteorites. What do you mean? I figured out how they can change gravitational polarity. It's a black hole! The meteorites amplify gravity to form black holes. That's the lightless black that attacked the Divine Wings. The power units are resonating together, forming a giant black hole! The power units are resonating together, forming a giant black hole! The power units are resonating together for many billion generations. Whoa! Whoa, what the? Whoa! 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 In diesem Fall, der gesamte Planeten wird in den Schmerzen geöffnet werden! Danke, Sonnen! Der Welt ist verdammt! Blaine! Wie können wir diese Sturm stoppen? Der Schmerz-Unit in der Engine Room empfiegt Babylon Sharks. Wir können ihn nicht verabschieden. Das sollte die Reise machen! Der Schmerz-Unit! Ja!